Die Penta Türmarkise. Ideal für die Penta Ecke. Wenn ich den Eingangsbereich etwas schützen möchte, habe ich hier die Möglichkeit nochmal so eine kleine Markise vorne vorzubauen. Die Penta Türmarkise hat einfach hier vorne einen Gestängebogen und wird hier mit gebogenen Stangen direkt am Vordach montiert. Ganz einfach, schnell und unkompliziert und ich habe einen sauberen Eingang. Vielen Dank.